Ich bin hier von verlassenes Haus. Ja, hallo. Hi. Verschlossen? Gleich nicht mehr. Na, kann ich nicht öffnen. Das Haus gehört wahrscheinlich jemandem. Kann oder darf ich nicht öffnen. Okay, ich bin hier falsch. Diese Fähnchen, diese Markierung, die liegt, denn hat man da selbst scheinbar. Oder? Der verlorene Schädel, der liegt rechts von uns, die Quest. Da ist auch ein Tor. Aber wir gehen mal hin. Ist noch ein Teleport. Südliches Tor gefunden. Können wir nicht noch nicht öffnen, ist verschlossen. Das ist aber eigentlich auch klar. Das ist ja alles geflossen von den Kerlen. Ich könnte ja mal versuchen, ob ich jetzt mit Schwert besser umgehen kann. Ey, schaut euch mal, wie viel Schaden die machen. Wie geht der ab, ey? Wie süß der Held, der mal springt. Ja, nehmen wir das Detra-Herz. Hätte ich schon beinahe gesagt. Schon wieder wie bei Oblivion. Und machen wir es erstmal vom Acker. Diese Häuser hier sind scheinbar... Oh nein, alle verlassen, wollte ich gerade noch sagen. Ich habe Gesellschaft. Und da hinten ist ein Schamane. Lass mich in Ruhe, geh weg. Geh weg. Auf dem Weg nach Acker-Mandor. Es gibt hier auch noch. Ja, noch mehr solche Siedlung. Das sind wir auch bei uns. Und das ist ja endlich mal dieser Totenländer. Nein, hier ist der Tod. Aber warum konnten wir das Pferd nicht mitnehmen? Ich verstehe das nicht. Naja, wir laufen jetzt erstmal hier oben zu diesen Statuen. Ich denke mal, das ist das sehr richtige Weg ist nach Acker-Mandor. Noch mehr Warnswetten. Ich sehe mal hier diese Statuen. Ne, ja doch. Oh, vielleicht ist hier Hartmann-Dor. Lüstungsdurchdringung. Magischer Pfeil. Wow, fast hätte er mich getroffen. Ich bin noch im letzten Augenblick noch zurückgewichen. So. Oh, die machen coole Geräusche, wenn die verwecken. Das finde ich schon mal gut. Um, das sieht ja schon mal aus. So, halbwegs wie ein Stator. Sieht ja schon mal aus wie ein Stator. Vielleicht ist es ja, hat man da. Schauen wir mal. Stadt der Toten scheinbar. Nicht, dass es hier irgendwas gibt. Gibt es hier Leben? Wir schauen einfach mal. Das ist doch eine Kirche. Löffel. Die will ich auch mal auf der Karte sehen. Ist hier markiert. Queens Crossroads gefunden. Das ist schon mal eine Katalale. Salah. Auf dem Weg, man hat man da. Da oben ist, hat man da. Abbas. Okay. Okay. Ich verstehe das Ganze langsam. Das heißt, wir müssen scheinbar zu diesem südlichen Tor. Ne, das geht ja dann nach Süden scheinbar. Logischerweise. Wo kommen denn die... Achso, das ist das. Okay, ich habe verstanden. Hintler, Gilde, Priest, äh. Ja. Wir wissen noch, hat man da. Aber wir gehen auf jeden Fall mal hier in diese Katalale rein. Aber das machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Definitiv. Das machen wir im nächsten Part, ähm. Also, ich bin voll gefesselt. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt eben aufgenommen habe. Eins, zwei Stunden waren es bestimmt. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man so ein geiles, episches Rollenspiel macht. Ähm. Ich werde hier mal einen Cut hinlegen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Euer Manu.